wir versuchen noch mal diesmal von rechts ich kann da oben nicht überlegen ich bin nämlich einer aber wenn wir gar kein schaden wenn wir von hier haben wir treffen die papa naja meine krähe aber viel mehr getroffen möchte einzige ziel wieder wenn ihr wahrscheinlich genau da macht dann fertig ja bitte nur keinen scheiß man kann ein bisschen dauern dann das ist wahrscheinlich wahrscheinlich nur die erste gefährliche ich bin so könnte man aber schaffen sobald ich da oben hingehen oben überlebe ich nicht ich kann irgendwo ausweichen sobald er mich anhand trifft mich tot was für eine strategie mit mir als zielscheibe kann wir noch tauschen einen tauschen dann habe ich dann will ich ja nicht jetzt hier als vier scheibe machen der hätte ihn einen angibt da ruft der so ein kreisiges fällt und das der tut mich man schaut die anderen angriffen die der macht die erreichen mich gar nicht wenn ich hinter dem zentakel bin er ich habe seine lebens energie auf 85 untergebracht gehabt das ist ein bisschen beschissen aber ich wünsche man hätte hier so ein ausreichend wie bei diablo das ist ja level 53 wir sind doch schon zwei level höhere ich glaube und das ist weil unsere ausrüstung total beschissen ist dann das ist jetzt die einzige erklärung nicht mehr denken kann weiß ja ja das kann nur von angriffen durch tentakel deswegen machte an den schaden den tag da müssen wir angreifen nicht den ja ja ich war die ganze zeit an der den typen weil der typ ist die ganze zeit nur die zentakel an dann müssen auch gegen den kämpfen nein wir müssen die tentakel angriffen verabschieden aber 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 ich bin mir richtig weiter dass ich dich da oben hinstellen muss ich würde auch gern heute mal ist überhaupt nicht ich habe die ganze zeit ist ja auch viel schneller schaden in gut dann müssen die tentakel angriffen kann den gar nicht von hier aussehen weiß ja 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 meine klinik den tagel von dem ich habe mein bild angefangen setzte meine kräfte da sind diese zwei eiswolle verwandt habe ich die hin mein gott wir sind ja sogar richtig schaden da 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 wird sich der anstieg die da eine an ich bin ich schnell genug ausgeglichen eine sekunde nachdem ich tot bin direkt die ganze zeit ich habe den machte nur wenn du tot bist der das ist dann so ein scheiß der auf einmal aus dem licht auftaucht der tut da da war ich mit meinen beschissenen reflektoren nicht schnell genug wir haben ihn jetzt auch 65 runter dann ist da so weit von machbar ja im moment Prozent allerdings dann ist wenigstens wenn man immer angreifen muss Herr Boren vielleicht nur schneller reagieren aber trotzdem verkehrte schaden ja ja ich war endlich zu der one shot mit dem einen lang wie du da so lange überlebt ist da oben mit vielen trinken ich habe dir eine idee hat den angriff die ganze zeit nicht gemacht der beschwert dann so einen weißen kreis und der wird überall der gibt mich war schatten der andere so viel zurück zu springen hat nicht geklappt noch mal kreis schon tot ja diesen kreis meinst du ja der für mich und das ist ein weißer kreis das würde mich anschauen weil ich zu langsam reagiert trifft er mich die ganze zeit damit geht ich will die ganze zeit bedrücken und rutsch angriff machen aber dann geht er ja gar nicht im spiel hin wenn ich auch schon wieder keine trinke ich bin leicht weg ja ich bin weg das ding auf dem boden fühlt sich langsam aber sicher kommt zum mond zum vorschein so gefährlich nicht weil ich auf dich zu bewegen ich sehe noch wie die platte sich ja langsam füllt der mann hat sind in seiner ap ist aber der hälfte ich habe ja gerade ein langer stress dabei bin ich nicht mal direkt vor dem wm ich muss die ganze zeit auf meinen charakter gucken nämlich den kreis wie schnell genug reagiert das ist wie diese blöden eisdinger in diablo ich sehe das ding aber ich reagiere nicht schnell genug um da wegzukommen da ist das weiße ding die platte auf dem boden ist fast fast voll ich sehe davon überhaupt nicht ich sehe nur den tentakel aus dem augenwinkel wo auch irgendwann passiert was hört mich dann nicht hörten weil der tentakel ist weg was muss er dann sagen warum kommen jetzt hier blutze bei mir ich bin hier soweit von tod hier in der mitte ist so ein monat aufgetaucht wir sind jetzt überall gegner bei mir was ist hier los oder was passiert da ich habe keine ahnung wir sind überall gegner oh gott oh wellen tentakel wellen tot zerstört er hat hier seine tentakel zu mir beschworen ich bin tot das schaffen war nicht da ist ein bisschen schwierig ganz ehrlich wir haben jetzt mal ein anderes finden also das ist ein bisschen heftig ich habe nichts gesehen wir müssen irgendwie in das gebiet rein irgendwie kann ich die karte nicht aufrufen wenn wir hier sind das gebiet ja das ist ein bisschen blöd ganz ehrlich ja das war ein bisschen weil ich grinden oder irgendwie so hat ja 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 und wie kommen wir da hin und was müssen wir da machen das hat richtig nein gott dann gehen wir mal dahin zum monolith des schicksals des schicksals ich wollte sagen wenn wir uns hier nicht weg teleportieren nein get good doch ich habe einen trank da habe ich einen trank eingesetzt macht war so der wolf verweilt sich in skorpion und der war verweilt sich im säbel tante ja gar nicht verwandeln meine tiere und andere tiere ok wann ist das denn hier quest gesperrt 80 stabilität echo quest gesperrt erhöhte erfahrungs gewinnen und gegenstand zeit weiß nicht was sie alles bedeutet aber wenn man schon herausfinden aber wenn man schon herausfinden aber wenn man schon herausfinden okay dann kommen wir uns da mal an kommen wir da hin stufe 58 ja nun gehen wir zum gefrorenen meer ja ich müsste gar nichts machen ja wo ich hingehe da gehst du auch hin alles klar ok was haben wir du bist unverwundbar und kannst nicht anvisiert werden endet nach einsatz einer fertigkeit oder nach kurzer zeit cool sieht ja nicht nach dem meer aus aber okay wo bist du bist du denn im grünen portal da kann man wie eine blutblase vom herr geregnet ich weiß nicht ob ich das gemacht habe ich weiß nicht ob wir schaffen oder nicht sagt ihr gleich das licht oder so wir wollen erfahrungsfunkte oder so ich glaube wir brauchen den breitiger rüstung aber ich kann ja oben bei dem komischen kulturer viel gar nicht überleben das hat auch nicht mit meinem knochen später zu tun selbst wenn ich den nicht benutze ich glaube das gedruckt noch mehr bessere gegenstände bekommen bonus stabilität drei von 22 stiefel bonus stabilität durch das töten von feinden ok da steht da irgendwie bonus stabilität ja ja dann passiert irgendwas nicht das kann aber der gleiche schritt den ich habe eine skräfte in den am feiern ja wir haben so an sich auch hier schon wieder so ein knabe Oh 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 nein die haben krähen auf ihrer seite meine krähe schon wieder gestorben halt doch mal ein bisschen mehr aus muss ich extra die action rein um die wieder zu leben war mein volk ist tot wir müssen durch weil ich wurde schon wieder lang ich habe keine ahnung da bist du mit der weitergegangen ich war hier noch am kämpfen bei diesen typen da oben gewartet immer wieder befreien können ja ich habe ich ja gewartet ich habe mich ein bisschen umgeschaut gegner gemettet ja ich bin noch ein bisschen knochen auf in der schatten chance auf ausweichen wir sehen sehr stationär aus wenn ihr mich fragt dass die stadt dieser knochen laufen gegen wenig kämpft ja irgendwie schon nämlich hat der gutem ausweichen ist ja wenn man das gelände dann noch an jetzt was hier los was 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 rufen wir mal den typen da vielleicht hinterlässt er irgendwas cooles vielleicht macht er uns hier ändert eine geschichte nicht okay wo bin ich denn hier nur sagen wir ich hatte den fall der war so gut wie tot wer hat er mich denn jetzt noch gekriegt wer hat mich denn jetzt noch gekriegt er hatte gar nichts mehr ich weiß nicht wo wir gerade sind immer an ist vorbei verloren ich gehe da rein mal gucken ok dieser beiden jetzt weg der stabilität ich weiß wieder meine andere gegner ein mark mal geworden war naja ich hatte jetzt aber wieder stabilität ich habe keine ahnung das passiert wenn man das ding darf ich habe keine ahnung ich bin tot nachher warum ich bin tot 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 in dem ort wo du gerade gespawnt ist ja ja da waren grünes portal hier reitiget bei mir ging das nicht ich nehme an weil du danach gestorben bist oder so direkt kann gut sein weiß nicht ich bin tot ich bin tot Ich weiß nicht, dass ich die Wurzeln habe. Oh Gott. nur hier schon geschaukelt vielleicht nicht aber weil es hier los warum ist es auch bevor er bei den kann ich wiederbeleben was ja ja noch da geht nicht doch geht anscheinend ich habe heilen schlagen entschuldige wie pann beide aufpassen wird das schon klappen und dann nicht weg gerade steht aber nun gefeuert wenn die befeuerexkursionen passieren der bonus stabilität zehn von zehn was bedeutet dass irgendwann auf der karte am linken dann machen die so viel schaden da warte ich mal hier da muss nur einer von ich will ja meine truppen wieder rufen er geht so schwer aus den klamotten ja der macht schaden leute aua wir würden wie man die mann mit fischer er macht auch alles bald alles erledigt was bist du blutspitze ist man glaube ich kaputt machen erobert benutzt das portal um weiter zu halten geht da hoch die sachen dieser dinge interassen hat gut oder nicht nichts für mich glaube ich na gut dann tun wir mal portal öffnen oder ja ich habe portal die quest echoes der zeitlinie gab es ja noch mehr so okay da haben wir so mehrere sachen zur auswahl soll auch mal mit zehn stabilität sich gerade damit hier in den zielen haben diese zeiten mit abschließt ich und die warte anstände schließt du diese abhältst du mehr stabilität schwierigkeit und belohnungen ich bin ja auch so eine karte ich habe so eine andere insel ausgeführt was er hat denn noch nie angesprochen ich habe mir so eine karte mit so verschiedenen inseln du aussuchen kannst teleportiert wo bist du jetzt ich bin jetzt in das nächste ding reingegangen ja weil ich bin jetzt hier war ich bin im sandigen tempel und was auch ich muss mich zu dir teleportieren ich habe jetzt automatisch mit mir ja ich bin ja irgendwo in der irgendwo bin ich interpretiert wurde man nicht hier so magier ich bin kein magier ich werde nie ein magier was ist das für mich das erlebende blumen sie will dass ich dann jetzt schniffel soll ich an ihr schniffeln kurzen einfach ja durch die dinger durch wird schon irgendwas bringen was das hier macht ich bereit für mehr erfahrung durch tötet wir kriegen bisher mehr erfahrungspunkte gerade in unserem schreien vielleicht auch nicht heilige blüte ach du heilige blüte jetzt schießen die auch noch irgendwas jetzt habe ich habe dann die beine wenn ich mich da mitten rein laufe macht er gewohnt sein früheren leben das nicht existiert hat ja eigentlich aber wenn ich habe meine skills ich war hochgelebt ja meine anderen ich habe meine dinger zu tun kannst du es wagen über den 15 jetzt gehen wir wieder ordentlich erfahrungspunkt habe ich so dem spiel ging man sowieso ordentlich erfahrungsfunktionen ja ja ich habe erobert ich habe erobert ja ja ich habe erobert vielleicht ist es voll im bar ein paar sachen der gebraucht haben wir in die alles so bessere rüstung war mit weniger werten ein alter dienner scharnöter diener kritische treffer chance da hat man vielleicht nicht schlecht eingestimmte regamentenstiefel des fuchses das habe ich ausgerüstet hatte bohr aber da habe ich ihn allein gesammelt so bessere schuhe bekommen rüstungsmäßig sehr viel besser ja warte mal das stimmt nicht mal was haben die denn dieselbe rüstung stufe 40 also bringen wir das überhaupt nicht wenn ich die anziehe alles klar warum sind all die sachen so viel schlechter die wir hier aufheben und soll denn der quatsch ich glaube man echt man muss die warte nicht seine sachen schmieden wenn man noch gutes haben will so 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 themen ich bin da meine sachen ja ich kann ja man sie bestimmen einige bessere sachen wollen die immer wieder neu ich glaube nicht so müssen wir irgendwie den balken erfüllen stabilität ja macht natürlich erlaubt schon ein ganzes meine rum wird schon geladen das ist die stämme von jemanden der alt im griff war meine krähe kannst du mal aufhören wir haben jetzt größer ich finde die ganze zeit stehe ich will keine stehe sehe ich auch tatsächlich interesse an irgendwelche arcan künste absolut so gegenstand nein skelette als gegner das gibt mir nicht so viele optionen und hat meine übergezogen ja kann ich hier noch ein bisschen stehe auf dem blöder gott warum kannst du nicht laufen dass der wand da steht da wieder auf mann der bereich ist so winzig 21 was auch immer das bedeutet jetzt 22 ich habe gleich alle gegner in dem dungeon erledigt vielleicht fünf level höher als du neuer ich habe keinen platz ich weiß wenn ihr mal wieder hier so ein magier geben wird ich nehme mal freig sind hoher 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 ja die von kärle begann das schwer eine japanische klingel so nehmen wir hier und seine nahe kommt angefangen eine höhere wirkungsbereich ich glaube dann nehme ich nimm mal das da war dieser komische eisange von ihm ein boss ja so wenn ich ja dann kommen wir ja aus nämlich an was ist das ja was ist hier los es ist auch so ein heiligen strahl auf rechten seite ja wir sind am grenzen sich gerade hat als von dem schreien fein immer umgenommen und man konnte da was auswählen oder goldhaufen ich habe das ding angesprochen dann irgendwie habe ich glaube ich runden bekommen goldhaufen ok da ist irgendwie nichts so war ich was für meine mentale erne okay ich mache mal so vielleicht für geräusche bräuchte ich bin es keine totes dina kälte schaden schaden was hat hier ein immer da gibt es überhaupt keine rüstung die rüstung hat die 96 26 ja aber wenn ich jetzt mit dem 96 ganz hier habe ich irgendwie als nachteil minus vier rüstungen er gibt keinen sinn die hat auch viel mehr rüstung als was ich jetzt an hat wie kann ich denn dann mangelstung haben wird vielleicht kann ich aber auch irgendwie eine rüstung hier so ein gürtel der hat 40 rüstungen ganz oben aber darunter ist einer der effekte irgendwie plus 200 rüstung da unten steht ja immer rot die nachteile ich habe wenn ich das anziehen ja da steht mir das für rüstung kann ich nicht ja das ding hat doch viel mehr rüstung hat was ich jetzt an habe ich ja das problem das ding will ich jetzt eine fähigkeit plus 74 rüstung ja ja ich habe ja auch bei einigen sachen die auf die plus und minus gut gar nicht darauf ich weiß mal die rüstung aussah ein bisschen aufpassen ihr wurfschaden und feuer leere schaden brauche ich weiß nicht denn 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 ich kann mich nicht verwandeln willst du katalysatoren ich weiß nicht aber da an der zweite war das ist ja niemand da ist aber kurz drin ich habe irgendwas für 54 gucken wir einfach mal an wir machen das hier und ich kann es verkaufen irgendwie kann 50 prozent mehr diener schaden und so mehr feuer schaden das klingt irgendwie so vielleicht noch schlecht wenn ich komme aber tier ist das hat hier ein roguelike da wir haben 42 stabilität fast 80 stabilität immer weiter ein und plus 10 bis 32 noch streifen wenn sie getroffen werden ich weiß nicht was du sagst du sag mir wenn du bist wenn du fertig bist ja ich habe wieder gefahren ist mir das haben wir noch also hat noch nie angesprochen ihr ding wenn ich das ding anspreche dann sind ja so inseln zur auswahl ja ich habe jetzt ein schutz ja ich habe gleich bussen so blöcher schon leichter für 88 hochgelabelt den dingen also ich brauche ich response in einer anderen gegend hiervon ich muss erst immer noch die grüne portal dagegen ich hatte richtig gelesen hat die rüstung 384 rüstung gehen ich will nicht mal angucken wer ist ein schlüssel dann hebe ihn auf ich habe eine sehr gute rüstung bekommen die war nur gold das ist ein schlüssel war ich bin der ganze akku lütenklamotten nicht so finde ich den ersten akku lüten wenn irgendwelche probleme auftauchen stellen sie das teil manuell ab na toll wo sollen wir denn um diese uhrzeit jetzt noch ein spanier finden vor ort aufgeschaltet ich will auch was ist das für einer ist das schon der boston ich glaube wir sind alle meine dinger noch am leben der verfolgt mich aber gerade hier das gab es wo ich da auch mein gott ich habe ganz andere probleme verfolgt mit ja ich war mir auch die ganze wie ich ja noch lebe ich habe irgendwann ausgerüstet und der ab wenn wir hier schütt bringen ich bin tot schon gelegentlich auch mein gott ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe ich habe der sport immer wieder neu ich habe da nicht hier doch einmal jetzt hier noch im leben sind wie ich glaube die ganze noch mal endlich so dreckiges stück ich weiß gar nicht dazu dass die anzug auf die schaden machen wir schon nur langsam die ganze sicher hier der geht von da und nur sehr lange ich bin die ganze zeit immer wieder neu tränke noch mal drauf meine tiere greifen schon wahrscheinlich anwesend da schon wieder tot ja ich bin tot aber gott sind da viele insekten ich bin tot nach einer portal weg ja wir haben wir doch mal wieder ganz viele insekten soviel aber das ist sogar mehr als bei diablo herrn ja okay ich habe damit die nicht so schnell verhalten da war ein bisschen krass den schlüssel zum seelenfeuer bastion da kann man ja auch mal gucken ich habe eine deutlich bessere rüstung so bevor wir ja da in den kampf eingegangen sind von also ich glaube schon ein bisschen besser ich würde ja durch irgendwelche gerade schutz ich habe die ganze schild praktisch durch irgendeine ausrüstung gegen standen ja auch nicht ich habe irgendwie irgendwie mehr ap jetzt irgendwie ich war irgendwie bei 550 jetzt bin ich bei 693 also irgendwie habe ich habe dazu bekommen aber nicht so 100 hp mehr also immer so ein paar